Ich zeichne ein Dreieck, kann die Punkte zurechtrücken, im Algebra-Fenster sehe ich, dass der Punkt C in Ordnung ist, aber der Punkt A ist eigentlich nicht in Ordnung für mich, weil ich hätte gerne ganzzahlige Koordinaten. Jetzt bin ich damit zufrieden und kann Berechnungen an diesem rechtwinkligen Dreieck vornehmen, zum Beispiel kann ich sofort die Fläche kontrollieren, weil man ja auch ablesen kann, auch wenn man das Algebra-Fenster links nicht seien sollte, dass die Seite A 10 ist und die Seite B 7. A mal B halbe ist die Fläche, das heißt 10 mal 7 ist 70, durch 2 ist 35, das ist hier diese Fläche.